Retro-Freunde, aufgepasst! Jetzt haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, und zwar Rayman Origins. Unser Freund ohne Gliedmaßen ist zurück und dieses Mal in klassischem 2D. Mit liebevoll handgezeichneten Figuren, die man noch aus den vorherigen Teilen kennt, prügelt ihr euch, wie in den guten alten Zeiten, von links nach rechts durch den grünen Dschungel. Die Retro-Optik ist aber nicht nur ein Geschenk an die Fans, nein, sie hat auch einen Grund. Rayman Origins ist nämlich ein Prequel und erzählt sozusagen die Geschichte vor der Geschichte. Nichtsdestotrotz geht es wie immer darum, die Welt zu retten. Altbekannte Features wie das Helikopterhaar und der aufladbare Schlag sind natürlich auch wieder mit dabei und bereiten Freude wie vor 15 Jahren. Auf Raymans Reise mit dem Ziel, die Welt von den bösen Darktoons zu befreien, kommt er auch in allerhand neue Welten wie die Wüste. Hier gibt es jede Menge schräge Vögel. Nicht alle sind euch aber feindlich gesinnt. Die freundlichen grünen Dinger dienen euch als Stufen oder Trampolin, wenn ihr ihnen eine Notenlinie zur Vogelstange macht. Die roten allerdings müsst ihr ganz Rayman-typisch mit der geschwungenen Faust oder einem gezielten Tritt platt machen. Die gewünschte Abwechslung im Spiel bringen dann die Passagen, in denen ihr euch die Mücke gekrallt. In klassischer Shootermanier reitet ihr auf eurem lila Freund durch die Spielwelt und ballert allerhand Getier ab, das euch an den Kragen will. Ab und zu trifft man dann auch einen gigantischen Bossgegner, der sich nicht einfach durch leichten Beschuss erledigen lässt. Da müsst ihr dann schon schwere Geschütze auffahren und den massigen Kollegen aus dem Weg räumen. Für gesellige Zocker bietet Rayman Origins dann auch noch einen Multiplayer-Modus, bei dem ihr sogar mit drei Freunden der Gefangenschaft der Lums ein Ende machen könnt. Im Koop verkloppt ihr dann gemeinsam Gegner und falls es euch mal erwischt, kann euer Freund euch auch wieder zurückholen. Praktisch dabei, die Mitspieler können jederzeit beliebig ins Spiel ein- oder aussteigen. Rayman Origins ist ein Gaumenschmaus für Fans der Serie. In sattem HD kehrt Rayman zurück und bringt alles mit, was in der Vergangenheit bei uns für Spielspaß gesorgt hat. Aber auch Neulinge im Rayman-Universum werden ihren Spaß damit haben, denn die altbewährte Steuerung und die Multiplayer-Funktion sind einsteigerfreundlich und garantieren klassischen Rayman-Spaar. Neulinge im Rayman-Universum Hier ist das einhause. Neulinge im Rayman-Universum Quellen wir ihnen sein, das in der Vergangenheit bei uns für Spielspaar.